Ja, meine kleine Schwesterlein wickelt immer alles ein. Stundenlang sitzt sie im Zimmer. Besonders gern packt sie Geschenke für den Weihnachtsabend ein. In Geschenkpapier, in Tüten, selbst bemalt mit bunten Blüten, querbestreift, gestrickt aus Wolle, bunten Schleifen und als Rolle Knotenkringel. Ja, auch Bilder, putzig bunte Namensschilder. Aber ich bin nicht so eine Einpack-Maus. Ich pack Geschenke lieber aus.